Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Ich bin Detektivfreund Epic. Und ich bin unschuldig. Ich seh dich hier ganz genau, hallo Katja. Hallo! Okay, ich glaube, oh, ich hab erstmal ein bisschen Abstand von dir insgesamt. Okay, meinen Bogen hab ich bekommen, ich seh's da hinten. Falls du jemanden wegschnetzeln solltest, Katja, werde ich dich sofort wegschnetzeln. Katja! Ich bin oben, ich hab hier nichts gemacht. Wirklich? Oben ist jemand. Oh, oh. Also wirklich, oben ist jemand. Geh mal nach oben. Oh, tatsächlich. Ich glaub, es geht ja... Hier werden richtig viele weggeschnetzelt. Der schwarzen, glaube ich. Ja. Oh, oh. Ja, 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 ich glaube schon. Ist das der Mörder? Ist der Mörder hinter mir? Der ist einfach runtergegangen. Schätzle weg. Wow, ist der Mörder. Ich hab ihn. Sehr gut. Ich bin Detektivfreund. Da stehst du. Hallo Katja. Hallo. Das Gold, das Gold, das Gold. Okay, ich hab zwei Gold und die Karte. Die gebe ich sofort hier ab. Bitte abgeben, bitte abgeben. Hoffentlich bekomme ich was Gutes. Ein Unendlichkeitsbogen wäre so gut. Und ich sammle mehr Gold auf. Okay, das ist auch nicht schlecht. Bis jetzt wurde, glaube ich, noch keiner weggeschnetzelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab noch gar kein Gold. Oh, drei Gold hab ich schon. Da ist noch ein bisschen Gold. Das sammle ich mal auf. Okay, sechs Gold insgesamt. Ich hoffe, hier ist keiner der Mörder. Das gebe ich alles hier sofort ab. Und auf. Hallo Katja. Hallo Katja. Und was bekomme ich raus? Ich bin gespannt. Ich bekomme gar nichts Gutes. Was soll das denn? Warst du Feil und Bogen bekommen? Ich hab mal den Bogen, äh, den Feil ab, meine ich. Den Feil kannst du abgeben. Ja, ja, das ist sehr gut. Da bekommst du immer das Beste. Okay, ich bin gespannt, was du jetzt bekommst. Ich bekomme... Hier wird jemand weggeschnetzelt. Oh, das stimmt. Du bist auf jeden Fall schon mal nicht... Ich weiß, dass du Detektiv bist. Was ist denn da los? Ich bin jetzt hier oben gelandet. Und dann werden die ganze Zeit Leute weggeschnetzelt. Jetzt elf Leute sind noch übrig. Okay, du bist auf jeden Fall nicht der Mörder. Von hier oben kann ich jetzt auch noch nicht sehen, wer der Mörder ist hier insgesamt. Was ist denn da los? Wir werden wieder runter. Ja, hier. Aber ich kann gerade jetzt nichts machen. Oh, es werden wieder Leute weggeschnetzelt. Neue Leute noch. Okay, ich bin wieder unten. Hallo. Alter, der ist unten, der ist unten, der ist unten. Der müsste jetzt hier unten entlanglaufen. Sehe ich ihn hier? Aber weißt du, wer das ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es ist. Oh, oh, pass bloß auf. Sehe ich den hier gerade da? Ich sehe den absolut dazu gar nicht. Ich glaube, der müsste noch unten sein. Hier sehe ich ihn nirgendwo. Nee, 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 nee. Bin mal nach unten gegangen. Hier ist noch sieben Leute übrig. Ist der da? Ich sehe hier auch gerade keine. Nee, 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 nee. Oh, oh, okay, ich habe ein bisschen Angst. Da wurde wieder eine Weggeschnetzelt. Nee, unten ist jetzt nichts. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist hier oben. Ich habe mich getroffen. Er hat so ein weiß-schwarzes Outfit. Er ist oben, er ist oben, er ist oben. Oh, 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 ich gehe hier entlang. Und er kommt mir hinterher aus dem Weg. Und ich habe ihn wieder nicht. Gott, er schützt mich nicht weg, Elfo. Ah, was ist denn nach oben? Ganz nach oben? Oh, ich habe wieder... Nein, er hat mich. Ach, was ist da los? Er geht nach ganz oben. Ja. Oh, nein. Und... Kannst du wegschätzen, kannst du wegschätzen? Nein. Oh, wow, das war knapp. Oh, nein, rennt ganz. Hast du noch einen Schuss? Nein. Was ist denn da los? Oh, oh. Oh, hey. Ich glaube, du wirst... Du kannst einen Bogen holen. Pass bloß auf, pass bloß auf. Oh, wow. Du hast ihn weggeschnetzelt. Wie gut. Ich bin Detektivfreund. Ich bin unfrolig. Oh, sehr gut. Okay, oh, einer ist schon runtergeblumst. Ich gehe mal, glaube ich... Oh, nach oben. Ja, ich gehe erst mal nach oben. Okay, der Mörder hat sein Schwertchen. Das bedeutet, Katze, du kannst jetzt schon wegschätzen. Ich gehe mal hier entlang. Hallo. Hallo. Hier sehe ich schon mal gerade keinen. Es wurde auch noch keine durch den Mörder weggeschnetzelt. Oh, hier sind welche. Okay, da bist du, Katze. Hallo, ich sehe dich. Es blumst richtig viele runter. Was ist da los? Oh, Katze, ist hier irgendeiner der Mörder hier oben? Elf Leute sind auch noch übrig. Ich glaube, es wurden auch keine andere. Da sind sie alle weggeschnetzelt. Guck mal hier. Ja. Da sind sie alle runtergeblumst hier insgesamt. Hier stehen auch nochmal zwei bei mir. Fünf Stück, sechs Stück sind wir hier schon insgesamt. Wer ist hier der Mörder? Ich habe gleich einen Bogen. Sehr gut, Katze. Hast du dann einen Bogen und einen Schwert? Nur einen Bogen. Aha, okay. Bogen hast du bekommen. Oh, hinter uns ist auch noch einer. Wir haben gewonnen. Hä? Nicht schlecht. Ich weiß nicht, wer der Mörder war. Ich bin absolut unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Oh, sehr gut, Katze. Okay, ich glaube, ich bleibe erst mal... Oh, unten. Da ist wieder einer gerade runtergeblumst. Was ist denn da los? Okay, der Mörder bekommt jetzt gleich sein Schwertchen. Ich gehe mal hier... Es blumsten so viele hier runter. Was ist das denn? Es wurde jemand weggeschnetzelt? Es wurde noch jemand weggeschnetzelt? Ich mache nichts. Ich bin versteckt. Katja, es wurden, glaube ich, drei oder vier Leute gerade weggeschnetzelt. Ich verstecke mich. Äh, okay. Wo hast du dich versteckt? Sag ich dir nicht. Hä? Ich will mich da auch verstecken. Ja, aber vielleicht bist du Mörder. Das kann gar nicht sein. Ich bin unschuldig. Ah. Detektiv wurde sogar weggeschnetzelt. Ah, dann bist du es wirklich. Nein, ich bin es nicht wirklich. Nee, passt schon. Ich muss es dir nicht sagen. Katja. Oh, weia. Hier sind einige. Was ist denn da los? Okay, ich habe den Mörder... Was ist denn da los? Auf jeden Fall. Hey, ich habe den Mörder noch nicht gesehen. Ah, es wird auf mich geschossen, Katja. Warum das denn? Warum wohl? Ich weiß es nicht. Ey. Wo bist du denn jetzt hier überhaupt versteckt? Sag dir nicht. Ich sehe dich nirgendwo. Da wurde noch einer weggeschnetzelt. Es sind noch vier Leute da. Oh, nicht runterblumsten. Der Detektiv weiß auf jeden Fall, dass ich Mörder bin. Da sehe ich eine Karte auch schon. Guten Tag. Tschüss. Okay. Es sind noch drei Leute übrig. Ich gehe, glaube ich, mal... Wirken ist gerade umdrehen. Oh nein. Ich gehe, glaube ich, mal nach oben. Ist hier irgendjemand da. Sehe ich noch noch einen. Klick den, klick den. Wow. Hat er geschossen? Ich weiß nicht, ob er geschossen hat. Oh, nee, 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 nee. Wo geht er denn jetzt entlang? Ist er nach unten gegangen? Los, nicht hier runterblumsten. Drei Leute noch. Das war auf jeden Fall, glaube ich, der Detektiv. Ich glaube, ich gehe hier nochmal außen rum. Der läuft auch wieder. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass ich hinter ihm bin. Er könnte jeden Moment schießen. Ich habe ihn sehr gut. Okay, es sind jetzt doch zwei Leute übrig. Wo könnten nur die letzten beiden sein? Vielleicht haben sie sich auch irgendwo versteckt. Hier sehe ich auf jeden Fall gerade keinen. Besser als ich auf jeden Fall. Das sind beide. Ich sehe beide, ich sehe beide. Und... Die kann ich beide wegsetzen. Guten Tag. Hier ist einer. Stehen bleiben. Und wo ist der zweite denn hin? Ist er hier vorne entlang? Ich glaube, der ist hier vorne entlang. Ist er sich hier auch wieder versteckt? Nein, hier ist, glaube ich, keiner. Ich habe auf jeden Fall noch 1 Minute 40 Zeit. Hier unten. Oh, sehe ich auch gerade keinen. Ist hier irgendwo einer. Oh, da steht er. Habe ihn. Sehr gut. Ich bin kein Mörder. Aha. Ja, denn ich bin unschuldig. Ah ja, klar. Ich könnte schon sagen, dass ich ein Gold habe und natürlich sofort zum Baum gehen werde. Denn in 3 Sekunden kann ich am Baum schütteln und schütteln. Treffe ich jemanden? Wow, ich habe wirklich jemanden getroffen. Wie gut ist das denn? Okay, ich schüttle gleich nochmal. Vielleicht treffe ich dieselbe Person nochmal. Und... Schüttelst du doch gar nicht. Ja, aber ich kann ja nicht. Jetzt kann ich wieder schütteln. Man kann ja nicht die ganze Zeit schütteln. Abgeschüttelt. Ich war detektiv. Oh, Gata. Ich wollte nur gucken. Nein. Mann. Was ist da denn los? Du standest da so und dann dachte ich, ja, jetzt könnte ich auch mal werfen, ne? Ja. Der Bogen wurde aufgesammelt. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Wow. Es wird auch schon auf mich geschossen. Das habe ich ganz genau gesehen. Okay, detektiv wieder an derselben Stelle weggeschätztelt. Es ist keiner im Baum. Ne, keiner im Baum. 7 Leute sind auch nur noch übrig. Hier liegen so viele gerade insgesamt. Was ist denn da los? Ich kann es sogar noch mal schütteln. Und noch mal schütteln. Sehr gut. Ich bin geschüttelt. Der Bogen wurde noch nicht aufgesammelt. Ich weiß nicht ganz wo. Oh, doch. Da ist jemand. 6 Leute. 5 Leute. Da war aber noch einer. Der Bogen wurde aufgesammelt. Oh, nein, 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 nein. Oh, da sind Leute, da sind Leute. Okay, da ist der Detektiv. Habe ich ganz genau gesehen. Da ist jemand. Guten Tag. Habe ich auch. Detektiv müsste jetzt da, glaube ich, in der Mitte sein. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Da ist der Detektiv. Oh, das war knapp. Er kann aber gleich schießen. Und, oh, er hat geschossen. Sehr gut. Und jetzt kann ich ihn wegschätzeln. Ciao, Kakao. Okay, Detektiv habe ich wieder. In der Karte sehe ich. Oh, da sind Leute. Da sind Leute. Da sind Leute. Habe ich auch. Perfekt. Sehr gut. Da vorne habe ich auch einen gesehen. Hier ist die Falle. Aber keiner ist da. Jemand hat einen Bogen aufgesammelt. Da vorne, da vorne. Das ist der neue Detektiv. Geht der nach da oben? Weiß der, dass ich der Mörder bin? Jetzt zielt er hier einfach. Was ist da los? Da sind noch zwei Leute übrig. Tschüss. Oh, er hat in die Richtung geschaut. Wow, kann ich mich hier dran vorbeischleichen, ohne dass er mich sieht? Schau mal, ich bin auf der anderen Seite von ihm einfach. Was machst du denn da? Er dreht sich um und er hat mich wirklich nicht gesehen. Was ist denn da los? Es ist noch eine einzelne Person übrig. Sehr gut. Okay, und ich hoffe, die sammelt nicht den Detektivbogen auf. Und die wurde weggeschätzt und ich habe gewonnen. Sehr gut. Danke. So, Leute. Das war es für den Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.